Hey Leute, heute stelle ich euch die ScienceSmart Genmitsu CNC 3018 Pro Fräs Graviermaschine vor. Diese Maschine ist perfekt für alle, die in die CNC-Bearbeitung einsteigen möchten oder nach einem vielseitigen Werkzeug für ihre DIY-Projekte suchen. Ob Acryl, PVC, Holz oder sogar weiches Aluminium. Diese CNC-Maschine ist ideal für eine Vielzahl von Materialien geeignet. Lasst uns mal die wichtigsten Features durchgehen. Wenn ihr diesen Artikel selbst testen möchtet, findet ihr den Link zum aktuellen Angebot in der Beschreibung. Klickt drauf und sichert euch das Angebot, solange es verfügbar ist. Die Maschine bietet einen effektiven Arbeitsbereich von 300 mm x 180 mm x 45 mm, was ausreichend Platz für die Bearbeitung verschiedenster Projekte bietet. Der 775 Motor treibt die Spindel mit bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute an, sodass ihr präzise und saubere Gravuren und Schnitte durchführen könnt. Die Genmitsu CNC-3018-PRO ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Dank der GRBL-gesteuerten Open-Source-Software und der Kompatibilität mit Windows und Mac-iOS könnt ihr die Maschine einfach einrichten und betreiben. Zudem könnt ihr eure Projekte offline steuern, was euch mehr Flexibilität gibt, besonders praktisch, wenn euer PC nicht immer in der Nähe ist. Die Maschine kommt als DIY-Bausatz und der Aufbau dauert etwa zwei Stunden. Alles ist klar und verständlich erklärt, sodass auch Einsteiger schnell loslegen können. Die beiliegende Candle-Software ermöglicht eine einfache Bedienung und präzise Steuerung der Achsen. Die Science Smart Genmitsu CNC-3018-PRO eignet sich perfekt für Projekte wie das Gravieren von Schildern, das Erstellen von Platinen oder das Fräsen kleiner Teile. Mit der Möglichkeit, die Maschine auf ein Lasermodul umzurüsten, erweitert ihr eure Möglichkeiten noch weiter. Fazit Die Science Smart Genmitsu CNC-3018-PRO ist eine hervorragende Wahl für alle, die in die Welt der CNC-Bearbeitung einsteigen oder ihre DIY-Projekte auf das nächste Level heben möchten. Mit ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeit und der einfachen Bedienung bietet sie ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr auf der Suche nach einer zuverlässigen und erschwinglichen CNC-Maschine seid, schaut euch diese Maschine unbedingt mal an. Wenn ihr neugierig geworden seid und die Maschine selbst ausprobieren wollt, findet ihr den Link dazu unten in der Beschreibung. Außerdem habe ich euch eine alternative Option verlinkt, falls ihr noch andere CNC-Maschinen oder Erweiterungen in Betracht ziehen möchtet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.